Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zum Transfer-Report-Spezial. Heute ist Deadline-Day bis 18 Uhr, haben noch alle Vereine in der Bundesliga und der 2. Liga Zeit, die Transfers zu tätigen, den Kader zu verstärken und Neuzugänge an Bord zu holen. Deswegen blicken wir auch nochmal hier kompakt auf die aktuellsten News. Es ist natürlich heute einiges los. Wir werden auch im Laufe des Tages noch hier ein weiteres Update bringen vom Transfer-Report-Spezial. Wir gehen nämlich alle 18 Bundesligisten jetzt mal durch und blicken darauf, was dort die Planungen sind für den heutigen Tag. Wer könnte noch kommen? Wer könnte noch gehen? Und wir schnacken gar nicht lange drumherum. Wir gehen rein in den aktuellen Transfer-Report der Fußball-Bundesliga und natürlich auch der 2. Liga. Und wie angerissen gehen wir heute tatsächlich auch jeden Bundesligisten einzeln durch und blicken darauf, welche Transfers getätigt wurden und was eben noch passieren kann. Beim BVB hat man sich ja schon mit Julien Duran-Wiel und Julian Riasson doppelt verstärkt. Abgänge gab es ja bis hierhin noch nicht. Klar ist aber auch, am heutigen Deadline-Day könnte noch ein bisschen was passieren. Mit Ivan Fresnedda möchte man sich ja gerne noch auf der rechten Abwehrseite verstärken. Da ist es die letzten Stunden und Tage ein bisschen ruhiger geworden. Mal gucken, inwiefern das heute noch eine Option sein wird. Ich denke mal, ansonsten wäre hier auf jeden Fall auch ein Sommerwechsel gut vorstellbar. Aber vor allen Dingen auf der Abgangsseite wird es nochmal interessant. Denn zum einen ist Thorgan Hazard auf dem Sprung. Da haben wir ja schon im vergangenen Transferreport drüber gesprochen, dass der FC Everton aus der Premier League Interesse hat. Aber vor allen Dingen auch die PSV Eindhoven. Und die haben ihr Angebot zuletzt nochmal erhöht. Eine Leihe mit Kaufoption soll es hier werden. Und deswegen ist Thorgan Hazard auf dem Sprung und könnte Dortmund heute noch verlassen. Gute Nachrichten gibt es auch endlich mal wieder von Nico Schulz. Denn tatsächlich hat der BVB doch noch einen Abnehmer für den ehemaligen deutschen Nationalspieler gefunden. Atalanta Bergamo möchte nämlich Nico Schulz unbedingt haben. Der Deal soll heute noch über die Bühne gehen. Im Raum steht hier erstmal eine Leihe. Der BVB macht auch ordentlich Zugeständnis und übernimmt Teile des Gehalts. Denn Schulz verdient ja beim BVB satte 6 Millionen Euro pro Jahr. Da muss Dortmund ein bisschen drauflegen. Aber es sieht schon sehr, sehr gut aus, dass man bei Hazard und Schulz noch Abnehmer findet. Machen wir weiter mit Bayer Leverkusen. Und auch dort könnte heute noch ein bisschen was passieren. Mit Puerta, Mbamba und Pence hat man ja bereits drei neue Spieler hinzugeholt. Vor allen Dingen auch Puerta und Mbamba als junge Spieler sehr interessant. In Sachen Abgängen hat man ja nun noch Zidane Sertemir zurück abgegeben nach Dänemark. Paulinho ist ja schon vor einigen Tagen gegangen. Aber weitere Transfers sind auf jeden Fall noch möglich. Denn unbedingt kommen soll Borna Sosa. Aktuell hat der VfB Bayer aber erstmal abblitzen lassen. Denn Leverkusen will nochmal sehr, sehr gerne aktiv werden und auch einen neuen Linkser-Teiliger holen. Ein erstes Angebot für Sosa hat der VfB aber laut Sky abgelehnt. Trotzdem ist Leverkusen durchaus bereit nochmal nachzuverhandeln. Sosa unbedingt zu holen. Stuttgart fordert wohl 15 bis 20 Millionen. Das ist für Bayer deutlich zu viel. Die wiederum nur 10 Millionen Euro bieten. Aber es ist schon durchaus möglich, dass hier noch ein weiteres Angebot heute folgen wird. Und damit nochmal weitere Verhandlungen anstehen. Auch in Sachen Abgängen ist auf jeden Fall noch was möglich. Bei Sada Asmun gibt es konkretes Interesse von Olympique Marseille. Denn die wiederum sind auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Und seit gestern Abend verhandelt eben auch Leverkusen mit Marseille über einen Verkauf von Asmun. Sollte das passieren, wird man in Leverkusen keinen neuen Spieler holen. Bei Charles Aranguis gab es ja zuletzt auch Abgangsgerüchte. Dort gab es aber nun von Simon Rolfes die klare Aussage, dass er auf jeden Fall bleiben wird. Bei RB Leipzig ist ja nicht so viel passiert. Mit Caden Clark kam ein Talent zurück nach Leihende. Mit Hugo Novoa wurde ein weiteres Talent verliehen. Aber es könnte zumindest rein theoretisch noch sein, dass hier heute noch ein bisschen was passieren wird. Denn bedingt durch die Verletzung von Dani Olmo ist man durchaus auch auf der Suche nach einem neuen Zehner. Isco wurde ja gehandelt. Das wird auf jeden Fall nichts. Man selber war nicht ganz so überzeugt, dass er direkt weiterhelfen kann. Der Spieler selber wollte auch nicht zwingend. Aber sollte sich heute nochmal eine Option ergeben, vielleicht auch per Laie, was ein offensiv Mittelfeldspieler angeht, dann würde Leipzig hier noch zuschlagen. In Sachen Abgängen wird wohl nichts mehr passieren. Beim FC Augsburg ist ja extrem viel passiert. Mit Dion Belgio, David Colina, Erwin Cardona, Arne Engels, Nathaniel Mbuku und Calvin Jeboa hat man ja satte sechs neue Spieler an Bord geholt. Zudem kam Sergio Cordoba von einer Laie zurück. Das ist natürlich schon ein wahnsinns Transferfenster gewesen. Auf der Abgangsseite stehen dahingehend Florian Nierlech und Raphael Framberger. Logisch, der Kader ist deutlich größer geworden. Auch deswegen sind hier vor allem noch Abgänge noch gut möglich. Trotzdem möchte man auch unbedingt noch einen neuen Spieler holen. Und dort führst die neueste Spur zu Renato Feiger. Das ist nämlich ein Sechser von Sporting Lissabon. Und hier sieht es wohl sehr gut aus, dass der FC Augsburg vor der Verpflichtung von Feiger steht. 500.000 Euro Leihgebühr fließen dann nach Portugal zu Sporting Lissabon. Zudem hat man dann noch im Sommer die Möglichkeit, ihn für 6 Millionen Euro fest zu verpflichten. Und damit hat Augsburg nach Gerüchten um Breithaupt und Schalmberg auch den gewünschten neuen Sechser gefunden. Und dann ist sicherlich endgültig Feierabend auf der Zugangsseite. Auf der Abgangsseite könnte auch dadurch nochmal Bewegung reinkommen zu Carlos Correso. Der möchte ja auch ganz gerne weg. Es gab schon erste Gerüchte. Holt man hier einen neuen Sechser, ist das sicherlich noch gut möglich. Bei Lukas Petkoff gibt es das neueste Gerücht um Kräuter Fürth. Wäre sicherlich um Spielpraxis zu sammeln nicht verkehrt. Auch bei Sergio Cordova könnte noch ein Abgang Thema sein. Interesse gibt es neuestens auch an Ruben Vargas aus Italien von Udinese Calcio. Interessant auf jeden Fall, wenn es da Interesse gibt, weil man sich ja auch in der Offensive breiter und besser aufgestellt hat. Da ist halt die Frage, ob man wirklich bereit ist, Vargas jetzt im Winter abzugeben. Aber wir sehen, bei Augsburg ist schon extrem viel passiert und auch heute könnte noch ein bisschen was los sein. Ein bisschen ruhiger ist es dahingehend bei Borussia Mönchengladbach. Da war ja das Torwartthema sicherlich bestimmend in diesem Transferfenster. Jan Sommer ist zu den Bayern gewechselt, Jonas Omlin ist gekommen. Ansonsten gab es nur noch die Abgänge von Torben Müssel und Rocco Reitz. Deswegen ist auch eigentlich schon klar, es wird wohl keinen Neuzugang mehr geben. Es gab ja mal lose Gerüchte um einen neuen Offensivspieler, wie zum Beispiel Wilson Isidor. Das wäre aber sicherlich alles erst konkret geworden, wenn ein Markus Thüram dann doch noch gewechselt wäre. Danach sieht es aber aktuell nicht aus. Ich glaube auch nicht, dass Gladbach Thüram heute noch abgeben wird. Da wäre das Risiko viel zu groß, ihn eben nicht gut ersetzen zu können. Wer mal noch gehen könnte, ist Marvin Friedrich. Hier gibt es konkretes Interesse von Hertha BSC, die nach einem neuen Innenverteidiger suchen. Friedrich ist bei Gladbach ein bisschen hintendran, jetzt auch erst recht nach der Rückkehr von Koi Tagura, der wieder fit ist. Also mal gucken, ob hier auf jeden Fall Gladbach dazu bereit wäre, Friedrich dann doch noch abzugeben. Beim VfL Wolfsburg hat man ja mit Nicolas Cossard einen super interessanten linken Verteidiger geholt, der eben auch Innenverteidiger spielen kann. Diesen Deal hat man ja so ein bisschen vorgezogen, denn spätestens im Sommer wäre der Franzose ja ablösefrei gekommen. Auf der Abgangsseite ist ja ein bisschen was passiert. Josip Brekalo ist genauso gegangen wie Maximilian Philipp. Mit Jérôme Roussillon hat man eben auch einen anderen Linksverteidiger abgegeben, wodurch Cossard den Kaderplatz übernommen hat. Und im Laufe des Dezember der Winterpause wurde ja auch der Vertrag mit Max Kruse endgültig aufgelöst. Kommen könnte dahingehend noch ein Innenverteidiger, auch der Kicker spekuliert, dass man hier vielleicht nochmal nach einem linken Innenverteidiger schaut. Ich glaube persönlich aber, dass man da nichts mehr machen wird, weil einfach auch Nicolas Cossard als flexibler Verteidiger die Möglichkeiten gibt. Ein Offensivspieler könnte aber durchaus nochmal Thema sein, weil man ja schon Brekalo und Philipp abgegeben hat. Und sollte Luca Waldschmidt dann doch noch gehen, da gibt es ja immer wieder Gerüchte, jetzt auch selbst um Stuttgart, vielleicht wird auch dort die Hertha nochmal aktiv. Je nachdem, wie man dort zu holen möchte, könnte ich mir schon vorstellen, dass man selber da nochmal was machen wird. Bei Joshua Gilavogui sieht es ja dahingehend dann doch jetzt eher nach einem Verbleib aus. Machen wir weiter mit dem VfL Bochum, denn dort können wir es kurz machen. Neue Zugänge sind ja Kevin Schlotterbeck, Pierre Koundé und Moritz Broszynski. Und damit hat man genau die Lücken geschlossen, die man schließen wollte. Vor allem in der Innenverteilung und im Zentralmittelfeld. Verliehen wurden ja Jannis Horn und Tim Oehrmann und das Kapitel mit Tazis Bonga wurde komplett erledigt. Deswegen soll wohl auch keiner mehr kommen. Luz Mousset könnte auf jeden Fall gehen. Es gibt Interesse aus der zweiten französischen Liga. Da ist natürlich Bochum nicht abgeneigt, weil ja Mousset ohnehin aussortiert ist. Bei Werder Bremen hat man ja gestern überraschenderweise nochmal was gemacht. Maximilian Philipp wurde vom VfL Wolfsburg ausgeliehen für ein halbes Jahr. Es gibt zwar keine Kaufoption, aber der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler macht natürlich Bremens Offensivspiel deutlich flexibler. Dafür wurde wiederum Oliver Berg abgegeben. Er wechselt ja wahrscheinlich dann nach England zum FC Milway. Wie es scheint, ein Abgang ist auf jeden Fall schon klar. Benjamin Goller und Nikola Rapp sind ja dahingehend in die zweite Liga gewechselt. Und deswegen ist auch klar, bei Werder Bremen wird zu 99% nichts mehr passieren. Keiner kommt und keiner geht mehr. Ähnliche Geschichte beim SC Freiburg. Da haben wir natürlich mit Kevin Schade einen ordentlichen Abgang gehabt, wo auch ordentlich Geld noch fließen wird, wenn er eben dann von Brentford fest verpflichtet wird. Kevin Schlotterbeck und Hugo Siquet wurden natürlich verliehen, um Spielpraxis zu sammeln. In Sachen Neuzugängen ist da aber nichts passiert. Mit Kenneth Schmidt hat man einen Youngster aus der zweiten Mannschaft hochgezogen, der so ein bisschen die Schlotterbeck-Position einnimmt. Der Rest bleibt, wie es war. Und deswegen wird auch beim SC höchstwahrscheinlich heute nichts mehr passieren. Und natürlich gehört auch zum Blick auf den Transferreport bei mir immer auch die zweite Fußball-Bundesliga. Da werden wir jetzt mal nicht so ganz konkret, aber da gibt es zumindest ein paar lose Gerüchte. Wir hatten ja gestern schon Philipp Stojkovic, der zu Darmstadt wechseln könnte. Es ist eine sehr konkrete Sache. Das wird heute dann wohl auch offiziell gemacht. Und wie vorhin gehört, Lukas Petkoff könnte zu Greuter Fürth wechseln. Ein ganz frisches, neues Gerücht, was gestern Abend so ein bisschen aufgekommen ist. Sicherlich eine durchaus mögliche Geschichte, weil er bei Augsburg keine allzu große Rolle spielt. Die Perspektive nicht besser geworden ist. Ansonsten ist es in der zweiten Liga wirklich deutlich, deutlich ruhiger. Und deswegen machen wir weiter mit der Bundesliga. Blicken mal kurz aus für den 1. FC Köln. Da hat man sich ja mit Davy Selke im Sturmzentrum verstärkt. Ansonsten Julian Roloff zurückgeholt, der die Torwartposition von Jonas Urbich einnimmt. Der wiederum ist ja einer von drei Abgängen. Zu Jan Regensburg verliehen worden, um Spielpraxis zu sammeln. André Duda ist genauso weg wie Noah Katerbach. Der wurde ja vom FC Basel weiterverliehen zum Hamburger SV. Transferplanungen sind abgeschlossen. Keiner kommt, keiner geht. Interessanter wird es auch nicht mehr zwingend beim Mainz 05. Da hat man mit Ludovic Ajorg einen neuen Stürmer geholt. Mit Andreas Handje Olsen einen neuen Innenverteidiger. Die zwei Positionen, wo man auf jeden Fall dringend auch was machen wollte, sind damit besetzt. In Sachen Abgängen wurde Pierre Gabriel weiterverliehen. Niklas Tauer zu Schalke verliehen. Das war es auf jeden Fall. Auch bei Mainz wird normalerweise nichts mehr passieren. Und deswegen blicken wir auch nochmal auf das nächste Team, wo wahrscheinlich nichts mehr passieren wird. Die TSG Hoffenheim hat sich vor allem auch mit Bundesliga-Erfahrung verstärkt. John Anthony Brooks ist zurück in der Bundesliga von Manfica Lissabon gekommen. Für gerade mal 300.000 Euro. Und doch Thomas Delaney ist zurück in der Bundesliga vom FC Sevilla gekommen. Per Laie und apropos Sevilla. Da hat auch in der Hinrunde Kaspar Dolbeck gespielt. Konnte dort nicht überzeugen. Jetzt weitergezogen zur TSG Hoffenheim. Auch das Per Laie. Drei sehr, sehr interessante Wintertransfers. Gegangen ist natürlich Jorginho Ruter zu Leeds United. Da gab es ordentlich Kohle und natürlich gab es zudem noch leider das Karriereende von Benjamin Hübner. Transfertechnisch ist auch hier alles abgeschlossen. Es gab nochmal das Gerücht um Timo Baumgartel. Das wurde aber nicht weiter konkret. Ich denke mal auch bei der TSG ist man mit dem Kader zufrieden, so wie er ist. Und deswegen blicken wir nochmal auf die Vereine, wo nochmal was passieren könnte. Und dazu gehört auch Eintracht Frankfurt. Eintransfer wurde heute finalisiert und das ist der von Philipp Max. Kurz vor meiner Aufnahme wurde die ganze Geschichte offiziell gemacht. Für mich ein super Transfer. Man holt einen günstigen, erfahrenen linken Verteidiger, der die Bundesliga kennt. Der dir direkt weiterhelfen kann. Und der sowohl in der Dreier- als auch in der Viererkette funktioniert. Mit Paxton Aronson hat man ihren super interessanten Youngster geholt. Zudem noch Simon Simoni fürs Tor. Jerome Ojoen ist gegangen als Innenverteidiger. Und apropos Innenverteidigung. Dort hat man ja aktuell so ein bisschen Bedarf. Denn bedingt durch verschiedene Verletzungen könnte es sein, dass man hier dann doch nochmal nachlegen wird. Ein interessantes Gerücht gab es dort zuletzt aus Portugal um Jeremia Sajust. Der spielt ja aktuell bei Sporting Lissabon. Ist ja dort vom Mainz 05 hingewechselt. Könnte auf jeden Fall vielleicht per Laie sehr interessant werden für Frankfurt. Mal gucken, was hier im Laufe des Deadline Days noch passieren wird. Vielleicht, auch das wäre noch vorstellbar, wird auch die Laie von Luca Pellegrini noch aufgelöst. Da gab es schon mal Anfang Dezember konkrete Gerüchte. Ist wieder ruhig geworden. Jetzt durch Philipp Max wird seine Perspektive natürlich nicht besser. Nicht besser wurde es jetzt letzt auch beim VfB Stuttgart. Rein punktemäßig, rein leistungsmäßig war es sicherlich etwas erfreulicher als noch über weite Strecke eine Hinrunde. Aber man ist sich durchaus einig, der Kader könnte heute nochmal ein bisschen verändert werden. Mit Gil Diaz und Genki Haraguchi ist man ja gestern doppelt tätig geworden. Man hat sich einen neuen Flügelspieler und einen neuen Zehner geholt. Zudem kam er über den Beyers zurück, weil seine Laie zu Magdeburg nicht wirklich erfolgreich lief. Abgänge waren zudem noch Tibidi und Klimovic, die beide samt weiterverliehen wurden. Und hier könnte auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren. Es gibt das Gerücht um Gautier Hain. Der war ja eigentlich bei Hatter BSC auf dem Zettel. Der Deal ist geplatzt. Stuttgart könnte hier nochmal zuschlagen. Wäre eine weitere Offensiv-Alternative. Und da wird ja auch weiterhin Luca Waldschmidt gehandelt. Wir haben ja vorhin mal Wolfsburg gesehen. Erstmal haben wir noch einen Kandidat für ein Deadline-Day-Transfer. Mal gucken, inwiefern Stuttgart hier noch konkret werden wird. Ein Abgang von Waldschmidt und damit auch ein Transler bei Stuttgart ist auf jeden Fall möglich. Interessant ist aber natürlich auch auf jeden Fall das, was noch auf der Abgangsseite passieren kann. Wie man vorhin schon gehört mit Borna Sosa, der bei Bayer Leverkusen auf dem Zettel steht. Wenn Leverkusen hier nochmal mehr bieten wird, könnte es auf jeden Fall sein, dass er noch gehen wird. Bei Konstantin auf Marupanos gibt es auch interessante Entwicklungen. Denn Inter Mailand könnte nochmal einen neuen Innenverteidiger gebrauchen, sollte Milan Skrinja schon heute am Deadline-Day zu Paris Saint-Germain gehen. Als Ersatz wird dort mit Mavropanos gehandelt. Da ist halt die Frage, ob Stuttgart hier mitspielt. Bei Ahamada sieht es ja ganz klar nach dem Abgang aus zu Crystal Palace. Und auch bei Ömer Bayers ist man natürlich nicht abgeneigt. Bei Sosa und Mavropanos könnte es heute tatsächlich nochmal spannend werden. Spannend ist es vor allen Dingen auch bei Hertha BSC. In Sachen Neuzugängen hat man ja bislang nur Nierlechner geholt. Plus Fabian Reze für den Sommer. In Sachen Abgängen ist ja sehr, sehr viel passiert. Man hat viele Spieler aus der Kaderbreite abgegeben. Aber es bricht auch so ein bisschen Transfer-Chaos aus bei der Hertha. Denn am gestrigen Montag sind gleich mal drei Deals geplatzt. Götje Hain war bereits im Medizin-Check, entschied sich aber nach schwierigen Verhandlungen noch um. Nun könnte er, wie gehört, eher zum VfB Stuttgart wechseln. Und auch Maximilian Philipp hat sich eher für Werder Bremen entschieden. Stand bei Hertha auf der Liste. Aber durch das Bobic-Aus ist der Deal geplatzt. Selim Amala kommt auch nicht. Und auch Yannick Westergaard ist wohl dann doch kein Kandidat und wird auch nicht kommen. Sprich, man hat Hain, Philipp Amala und Westergaard verpflichten wollen. Und das hat allesamt nicht funktioniert. Deswegen ist klar, es braucht Alternativen und die gibt es. Für die Außenbahn soll nun wohl Theo Bongonda vom FC Cadiz kommen. Und für das Abwehrzentrum, wie vorhin schon gehört, gibt es das Gerücht um Marvin Friedrich. Der ist bei Gladbach nicht mehr gesetzt. Jetzt ist halt die Frage, ob der ehemalige Unionsspieler bereit ist, zu Hertha zu wechseln. Er könnte auf jeden Fall Abhilfe in der Abwehr schaffen. Interessant ist auch, dass es mittlerweile Gerüchte um Dodi Lukebakio gibt. Und zwar um einen möglichen Abgang. Olympique Lyon ist auf jeden Fall hier sehr stark interessiert. Ob es da nochmal konkrete Gerüchte gibt, ist auf jeden Fall spannend. Denn auch PSG wurde unter anderem gehandelt. Und was gerade nochmal reingekommen ist, sehe ich gerade live während der Aufnahme. Es gibt auch ein neues Gerücht von der Bild-Zeitung rund um Tolga Cigertschi, dass er möglicherweise zu Hertha zurückkehren wird. Ansonsten haben wir natürlich auch noch den FC Schalke 04, wo in Sachen Leihtransfers schon einiges passiert ist. Mit Skarke, Jens, Frey, Tauer und Uron. Und auch in Sachen Abgäng mit Molay, Larsson, Flick und Schollernuklu war ja einiges los. Trotzdem ist man noch nicht fertig. Ein weiterer Leihspieler soll kommen. Und das ist Eda Balanta von Brügge. Da ist man wohl schon sehr, sehr weit. Der Deal könnte heute über die Bühne gehen. Und Schalke wird sich nochmal mit einem Sechser, der auch als Innenverteidiger spielen kann, verstärken. Gehen können hingegen noch Nassim Buzlap und Timotej Kolodzschitschak. Die sind schon zur zweiten Mannschaft geschoben worden. Wenn es hier Angebote gibt, wird man sich das auf jeden Fall nochmal heute anhören. Und wir blicken nochmal auf Union Berlin. Mit Juranovic, Laidouni und Roussillon hat man meiner Meinung nach schon drei richtig, richtig starke Transfers getätigt. Auf der Abgangsseite natürlich in Riasson verloren. Aber ansonsten noch vor allem Spiele aus der Kaderbreite abgegeben mit Haraguchi, Skarke, Schneider, Puchac und Dehl. Und hier könnte es auf jeden Fall nochmal sehr, sehr interessant werden. Isco soll ja auf jeden Fall kommen. Er ist auf dem Weg nach Berlin. Es ist tatsächlich so, dass Union Berlin vor der Verpflichtung des mehrmaligen Champions League Siegers von Real Madrid steht. Hat jetzt selbst bei Sevilla gespielt, hat nicht funktioniert. Vertrag wurde aufgelöst. Er ist ablösefrei zu haben. Das wäre natürlich ein Mega-Deal. Auf der Abgangsseite gibt es natürlich die logischen Namen mit Möwald, Öztunali, Pantovic und Majiszewski. Das sind allesamt realistische Abgangskandidaten. Und was auch nochmal reingekommen ist und hier nicht aufgelistet ist, es gibt auch durchaus nochmal konkretes Interesse an Geraldo Becker. Ob Daba Union mitspielt, muss man nochmal im Laufe des Tages gucken. Und dann haben wir natürlich zuletzt auch nochmal die Bayern. Jan Sommer und Daily Blind sind da und Joao Cancelo ist tatsächlich auf dem Weg nach München. Wir können es kurz machen. Er hat sich bei City schon verabschiedet. Mit Pep Guardiola lief es auch einfach nicht mehr so gut. Der FC Barcelona war stark interessiert. Bayern hat sich aber durchgesetzt, weil eben auch Cancelo das große Ziel ist, die Champions League zu gewinnen. Und Bayern hat eben auch das gleiche Ziel. Er kommt als Außenverteidiger, kann links wie rechts spielen. Ein Mega-Deal. Meiner Meinung nach alles richtig gemacht von Bayern-Seite. Es gibt eine Kaufoption um die 70 Millionen Euro. Trotzdem ist aber auch klar, wenn Bayern ihn haben möchte, kann er im Sommer nochmal neu verhandelt werden. Der Preis würde wohl deutlich sinken. Und damit tätigt Bayern einen absoluten Top-Deal. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis er da ist. Abgeben würde man natürlich gerne Bounasar. Realistisch ist das aber eher nicht. Und somit war das der Transfer-Report-Spezial aus der 1. und 2. Liga. Natürlich kann es sehr, sehr gut sein, dass mittlerweile schon einige Sachen fix sind, weil ja gefühlt minütlich was passiert. Ich sehe nämlich auch gerade, dass Augsburg jetzt tatsächlich Petkoff verliehen hat. Dass Darmstadt in Rekordtransfer mit dem neuen Stürmer auch getätigt hat. Also das nochmal ganz kurz als Update. Wir werden aber nachher nochmal so ein Update rausbringen im Transfer-Report-Spezial. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.